Oder? Plus 5 sind 30, sind 610, ja. Ne, 510, ich kann nicht rechnen. Hier ist jemand gestorben. 610, ja. Loll, Opfer. Was? Drachenzahn macht 590, mehr nicht. Könnte ich nicht theoretisch da hinspringen einfach? Aber nicht mit 13.000 Seelen, ey. Das ist viel zu viel. Eins. Loll, 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 loll. Das Grabfürsten ist zwar nicht ganz so stark, aber dafür hat es 300 Giftschaden. Das ist voll geil. Geil. Boah, das Schwert des Drachentöters. Ich liebe das Ding. Ja, da wird er zum Ninja. Was? Wo bist du gerade? Wolf, lass mich dir helfen. Ich werde zum Schallschmied, Alter. Ich bin da irgendwo abgebaut, so random. Abge... Mit runtergeschmackt. Abgebaut. Nein, weißt du? Ich gehe da normal an die Wand entlang, damit ich zur Platzform komme. Nein, ich fliege erst mal 3 Meter weg. Boah, ist dieses Schwert Bombe! I love it! Wow, 30 Vitalität, 30 Konditionen, 30 Stärke und 30 Beweglichkeit. Geil! Was brauche ich denn jetzt noch? Graue Schollen, wa? Oder so? Ja. Oder so. Reicht das Geld noch für Funkeltitanit? Leck mich doch mal. Es tut mir so leid, ne? Du kannst mir gar nicht. Du bist nur Gottes Kack. Wie er mich verabscheut. Aber ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn. Ich kenne das, wenn andere einem überlegen sind in Spielen. Ich kenne das. Das ging mir als Kind nie anders. Ich kenne das, das ist ein Scheiß-Gefühl. Oh, ich will euch so überlegen. Ich habe 126 Milliarden Level. Nein, du bist so. Früher, als ich klein war, war ich auch immer schlechter, als meine ganzen großen Geschwister in Spielen. So in Tekken und so. Nein, das regt mich nicht auf. Ich habe das gehasst. Das regt mich einfach nur auf. Mit diesen Scheiß-Glitches. Hier regt mich nicht auf. Keine Sorge. Was? Der Glitch regt dich auf? Ich bin so. Ja. Weißt du, ich gehe am Rand her, aber bin ich in der Mitte des Raums. und ja, ich bin abgebauzt. Ja. Gebauzt. Gebauzt, ja. Ich nehme schon wieder unendlich lange auf, weil ich hier so viel noch gemacht habe, jetzt so heute. Unglaublich. Unglaublich. In Folge 126 Triliaden. Wahrscheinlich so. Ich bin aber noch dabei. Ja? Ja. Achso, ja, ja. Hier, für Wolf, wegen Kübel. So, ähm, hier. Ähm, Wolf hatte schon ein Projekt, ne? Sief, hast ja schon, gehört, ne? Wolf hätte schon einen Projektvorschlag, wenn er rein darf. Na? Sief. Das heißt Sief, du Lappen. Ja, das heißt Sief. Das ist mein Englisch, wenn du mit mir reden willst. Homophober. Ah! Sief. Ja, Sief. Ja, soll er machen. Gucken, wie es ankommt. Okay. Man muss die nur noch Sief kaufen, ne? Ich weiß. Boah, soll ich jetzt eine Bosswaffe draus machen, oder soll ich jetzt die Bosslefer ploppen lassen? YOLO, damit ihr mal, damit ihr auch mal ein paar Bosswaffen gesehen habt. Die alle scheiße sind, weil ich nach der normalen Schwerden plus 130, ja. Dann machen wir jetzt ein paar Bosswaffen. Oh mein Gott, da liegt noch mein Loot, ey. Ist das geil. Jetzt ist die Frage, was für Aufrüstzeug habe ich denn noch? Kleine Scherben, unendlich große Scherben, graue Brocken zwei Stück, blaue Brocken, roter, boah, rote Scholle, weiße, unendlich viel. Traktor, ey. Ja. Traktor. Ist recht. Ja, Blitzwaffen lohnt sich echt nicht. Ich hab's ja mit dem, mit dem einen, ja. Boah, jetzt bin ich runtergerutscht. Könntest du mir mal dein, könntest du mir mal dein Skype-Profilbild senden? Wieso? Ich will mal was machen. Also das, was ich jetzt grad drin hab, ne? Ja, jetzt, wenn's geht. Oh, jetzt so? Ja, gut, Leute, dann kurz, kurz, kurzer Cut, weil ich Rost haben muss. So, Freunde, willkommen zurück. Ich möchte euch zeigen, wie ich Logan jetzt war, weil, äh, wir alle, alle, die sich erinnern, und zwar, äh, sind wir ja von Siv da gefangen genommen, genommen worden, also wir mussten ja sterben. Und, äh, Hermoriden-Show, Hermoriden-Show schießt schon wieder irgendwelche Dinge auf mich, toll. Und, ja, ich will mal hier diesen Logo befreien, weil ich möchte, im S zu sein, jetzt einfach mal aus Jux und Dallerei ein bisschen auf Intelligenz killen, um ein paar Zauber anzuwenden, weil, keine Ahnung, ich würde gern zaubern wollen hier mit dem Charakter noch. Ich seh mich selber bin. Mein, ich, stark, also ich hab genug Stärke, ich hab genug Vitalität, ich hab genug Colleys, ich hab genug Kondition. Wohlfall die besten Sprüche ein, Alter, Simsalabim. Ja, Simsalabim. Simsalabim. Uuuh, Hermoriden-Show, hör auf. Hermoriden-Show. Hermoriden-Show ist böse. Wo kann man sich denn hier überall hochwaggen? Lol, Alter, raste mal aus. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wo überall, ja, ich wüsste jetzt gerne, ich hab noch 200.000 Seelen liegen noch bei, au, bei dem einen Dämon da. Hermoriden-Show, lass es. Komm schon, komm schon, pack dich da hoch, Alter, pack dich da hoch. Er bufft deine Gegner, ey, ich glaub das nicht. Scheiße. Wo ist der Soler, Mann? Ich muss ihn töten. Ja, äh, Wolf muss Soler töten, weil nur, weil, ja, weil, also, ja, sein Story-Verlauf ist halt so verlaufen, dass Soler die Sonnigmale gefunden hat und Soler dann dadurch verrückt wurde und so ein Scheiß und deswegen muss er jetzt Soler liegen gehen. Ich kann übrigens, achso, ich weiß gar nicht, ob ihr es in der Aufnahme gesehen habt, aber, doch, habt ihr, ich kann den Ritter Soler vor Gwyn rufen, kann Kübel ja nicht. Also, es hat alles sowas mit Story zu tun. Finde ich auch ganz cool, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Wo ist der? Wenn wir das wissen, würden wir es dir sagen. Kübel weiß, aber der will es mir aber noch nicht sagen. Ja, ich kenne mich jetzt hier erstmal eine Weile mit diesem Schwarzer, der Großschwar, äh, Schwarzer, ach Quatsch, Drachentöter, Großschwert meine ich, weil ich das so episch finde, wie ich finde. Das Ding ist mega. Ja. da hinten ist ein Dämon. Ah, jetzt bin ich hier. Ach, ist das dieser komische Dämon, der respawnt? Ja. Ja, und der an dem immer vorbei rennt, ohne Scheiß, den krieg selbst ich nicht geklatscht. Der macht selbst mich fertig. Das ist ein scheiß Peller. Da muss ich gar nicht her. Höh! Was hat denn ein krankes Bild für eine Auflösung, Alter, Mitchell. So leee. Äh, nö, wieso? Eine hohe Auflösung, oder? Nicht? Ja, zu hoch. Wieso? Wo bist du? So leee. Bist du, du Arschgesicht. Ich merke aber gerade, dass die Rützung von Naturgeist echt schwach ist, was physische Abwehr angeht. Alter. Das ist schon hart. Ich will dir, ich finde dir das nur so schick, deswegen will ich mit der kämpfen. Ist der wirklich hier unten irgendwo? Kübel sagt das ja. Also schätze ich mal. Was, ihr lebt beide noch? Sterbt jetzt endlich mal. Weißt du was, Google? Google, der sitzt jetzt Kübel. Mann, Alter! einfach nach Sunlight-Megget googeln. soo, mach es. Also irgendwie, finde ich, dass der Ring des Unheils irgendwie scheiße ist. Der macht irgendwie weniger Schaden, als ich, als ich, als ich, als ich denke. Oder der macht gar nicht, der macht nicht doppelt Schaden, auf jeden Fall. Sie will die Winn 666 und ich will jetzt mal Harvels Rüstung hier anziehen, hopp hopp. Harvels Gamaschen, wenn ich ein bisschen das Haushalte. nicht respawning red-eyed Carsebuck, in der letzten Iserleth, Part of Car7 Shortcut. Wieso habe ich jetzt den anderen Helm auf? Das ist so dumm. Chaos Herent, Shortcut. Blum, blum, blum. Oh, Archivzelle Extraschlüssel benutzt. Ah, hier liegt da was. Siehst du? Hier gibt es noch was zu looten. Seele, ehrenwerte Ritter. Geile Sache. Und wo steht da jetzt was von Dingens? Ach. Guck mal, du kannst die Sonnenlichtmade tauschen, äh, gegen diesen alten Hexenregen. Wo, bei wem? Bei, bei Snuggie. Oh. Siehst du, dann mach das doch. Anni, du hast den ja nicht, oder? Oder hast du den? Mhm. Äh, kann man, kriegt man denn irgendwoher den Hexenring? Weiß Nuggie. Ach so. Ich dachte, du kriegst jetzt für den Hexenring die Sonnenlichtmade. Nein, nein, anderswo. Ja, ja, schade, weil es hätte dir ja geholfen, weil wenn du den Hexenring gehabt hättest, ne? Könntest du ja so und so immer. Komm, ich bin aufs Torberei skillen. Jetzt macht mal hier was. Zack. Rolf? Ja. Mitchell? Ja? Gut, bei Mitchell ist mir das eigentlich egal. Egal, was ich hier zustande bringe, seid mir nicht böse. Okay. No props. Ich muss selbst feiern. Stirb. Boah, jetzt krieg ich richtig wenig physischen Schaden, das ist gut. Und das war so klar. Aua. Saving? So leer? Man muss ihn retten? Ja, irgendwie. Das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Kannst du sagen, er lebt noch. Gerade das Kristallschwert. Sie mal ein bisschen aufräumen. Bonfire Room? In Ano Lungo? Was willst du denn da? Ja, ich guck grad, wo der sein könnte. Riesen-Centus. Wenn du so, Logan, wo bist denn du? Logan, hallo. Nicht da? Okay, was haben wir hier? Viel, ne Feuerhüterseele, ich glaub's nicht. Wo bist du denn? Äh, in der Bibliothek da, also da, wo man gefangen wird. Und weißt du doch, ganz unten, da wo die Zahnräder auf dem Boden liegen, in der Mitte. Mhm. Da, also, da ist doch so ein Kerker. Ja. Ja, und da lag eine Feuerhüterseele drin. Das finde ich jetzt toll. Ja, aber, mehr, aber wo ist denn Logan? Weil der Zauber hat irgendwas von wegen, ich finde, es soll Logan befreien gesagt. Logan ist doch frei scheinbar, oder ist er tot? Da unten, wo du jetzt bist, wo die Feuerhüterseele liegt. Da muss Logan sein. Da ist er jetzt aber nicht mehr. Da war, da war, da war, das erste Mal, als ich hier war. Ja, dann ist er inzwischen tot. Toll. Du musst ihn gleich, wenn du das erste Mal da bist, retten. Was lässt er sich, was lässt er sich da auch zweimal einsperren, der Trottel? Ja. Du wüsstest. Wenn du wüsstest. Ja, Heimkerknochen benutze ich jetzt, weil, was soll ich hier noch? Okay, haben wir das jetzt auch einfach mal gemacht. Gut, Logan ist tot. Einmal hier bei der Feuerhüterin jetzt das Ding aufwerten gehen. Weißt du, was man machen muss? Was denn? Man muss, damit man Dingens, nicht, damit Dingens sich nicht infectet, muss man diese Dingens, diese Made vorher töten. ja vorher, bevor man diesen Centipede Demon klatscht, muss man den töten. Sie sind eine, der nicht respawnt. Ich habe immer noch, ich habe immer nur die vier getötet. Ich habe alle getötet, einfach beim Durchrennen, aber auch nur, weil mir langweilig war. Ja, ich weiß nicht, wo da sonst noch welche sein könnten. Die sind da alle auf dem Weg. Ich sehe nur viel. in diesem Gang. Aber die springen da halt rum, du musst halt in die Ecken gucken. Wie sieht eigentlich das Schwarze der Großschwert aus? Ach, ich habe schon gar nicht. Okay. Gut, dann mache ich hier wieder einen Cut, Leute, und ich würde sagen, wenn mir was anderes einfach war, was ich noch machen kann, melde ich mich zu Wort.